Ja, so geändert, denn hier gab es früher keine Bar, aber da haben wir gemerkt, das war nicht so gut, denn hier geht man ja dann weiter zum Theater, das heißt, die Gäste hatten nicht die Möglichkeit, beziehungsweise nur in der Tuibar vorne die Möglichkeit, vorher nachher was zu trinken, das hat sich aber dann immer zu schlau, so in der Tuibar geführt, deshalb haben wir danach direkt in der Werft noch die Meerleben-Bar eingebaut, das hat sich die Prozesse wirklich so durchgesetzt und ab der Mainstabier haben wir das schon Anfang an zu gemacht. Und die Chance, das ist die Beklemmung.